Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Zunächst möchte ich Ihnen, liebe Schneeberger, als ehemaliger Schneeberger recht herzlich für Ihren Mut sowie Ihre Entschlossenheit danken Vorab meiner Ausführungen möchte ich klarstellen, dass ich weder politisch aktiv bin noch als Sympathisant einer Partei gelte Meine Unterstützung gilt ausschließlich der Heimatverbundenheit sowie dem bisherigen Wohlfühlaspekt einer sicheren, liebevollen und verbundenen Kleinstadt im wunderschönen Erzgebirge meiner Heimatstadt Schneeberg Als Kind wuchs ich im Schneeberg auf, wo jeder jeden kannte Wir machten Blödsinn, sogleich wir wussten, dass unsere Eltern es erfahren würden Jeder passte auf jeden auf Trotzdem durften wir vor allem, konnten wir uns frei bewegen Es war für unsere Eltern kein Problem, wenn wir uns mit dem Rad auf den Weg zum Pfilzgleich machten Oder stundenlang an den Einkaufszentren uns mit Freunden trafen Selbst zu Zeiten, als die ehemalige Unterkunft für Asylbewerber noch aktiv war Heute müssen Eltern, Familien und junge heranwachsende Menschen sich Gedanken machen Ob und wann sie einkaufen gehen Ob und wie sie ihre Grundstücke bewachen Oder ob sie Autotüren verschließen müssen Ob sie bei Einbruch der Dunkelheit noch auf die Straße gehen Die Liste könnte unendlich fortgesetzt werden Applaus Am schlimmsten allerdings empfinde ich persönlich Dass heutzutage 16-jährige Mädchen sich vor Leuten stellen Um sich zu rechtfertigen, dass sie keine Nazis sind Gleichwohl ich Respekt für diesen Mut habe Als 16-Jährige hatte ich andere Sorgen Mittlerweile wird die Stadt Schneeberg von allen Seiten kritisiert Die einen haben Angst vor dem braunen Mob Die anderen haben Angst vor den Asylbewerbern Wie auch immer es gedreht wird Gut ist es für keine Seite Und erst recht nicht für die Stadt Schneeberg Wir leben in einer vermeintlichen Demokratie Und die Demokratie lebt von uns Demokratie bedeutet Dass das Volk eine wesentliche mitbestimmende Funktion einnimmt Wurden die Bürger aus Schneeberg und Umgebung In ihre mitbestimmenden Funktion eingebunden? Nein Sonst würden wir heute nicht in dieser Anzahl auf die Straße gehen Integration funktioniert nur, wenn den zu integrierenden Asylbewerbern In Maßen statt in Massen geholfen wird Eine Abhängigkeit einer erfolgreichen Integration Hängt auch im Wesentlichen vom Umfeld ab Und das sind nun mal in Schneeberg die Bürger Welche jahrelang ihr idyllisches Städtchen Gemeinschaftlich erhalten und in Sicherheit gewogen haben Insbesondere zur Weihnachtszeit Kommt dieses unbeschwerde Flair zum Ausdruck Ich fordere die gewählten politischen Entscheidungsträger auf Sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren Die Stadt mit allen Bürgern zu vertreten Ich betone allen Bürgern Und nicht eine Stimmung zu erzeugen Welche jede Presse gerne entgegen nimmt Nur gemeinsam lässt sich Demokratie leben Die Bürger der Stadt Schneeberg müssen aufgeklärt und umfangreich informiert werden Vor allem mit Transparenz und Ehrlichkeit Ich persönlich bin davon überzeugt Dass es gute Vorschläge aus der Bevölkerung geben wird Wenn man die Presse und den Aussagen des Bürgermeisters Glauben schenkt Gibt es Widersprüche Laut Presseberichterstattung heißt es vorübergehend Sie, Herr Bürgermeister Stümpel Sprechen wiederum von Arbeitsplätzen Welche von Asylbewerbern besetzt werden könnten Genau diese Aussagen machen das Volk und den einzelnen Bürger frustriert und sauer Klären und informieren Sie endlich vernünftig auf Und bitteschön so, dass Sie auch der letzte Bürger versteht Nehmen Sie bitte alle mit Und respektieren Sie die Wünsche, aber auch die Ängste Greifen Sie politisch durch Schreiben Preditionen, Lösungsvorschläge oder Kompromisse Sorgen Sie bitte für Sicherheit und machen ein vorübergehendes Miteinander möglich Die Bürger wollen wieder ihr Geborgenheitsgefühl zurück Sicher leben und von Vorurteilen befreit werden Reagieren Sie, bevor das Volk überreagiert Reagieren Sie, bevor etwas passiert und die Schuldzuweisungen eskalieren Zurzeit hat die hiesige Politik, allen voran der Stadtoberhaupt, dafür gesorgt Da sich zwei Lager gebildet haben Auf entsprechenden Plattformen wie Facebook sind die unterschiedlichsten Aussagen anzutreffen Welche sich gegenseitig kritisieren und zu Gegensätzen auffordern Den Nutzen hiervon tragen die Asylgewerber Es werden Feste organisiert, Spenden gefordert und weiterhin notwendige finanzielle Unterstützung gewährt Integration sieht anders aus Ich möchte nicht versäumen, auch hier nochmals kundzutun Dass selbst ich als Unternehmer in 500 Kilometern Entfernung von einem Mitglied eines Schneider des Vereins, dem ich jahrelang angehört habe Mich aufgefordert hatte, dass ich mich an dieser Demo nicht beteilige Das erst hat mir Ansporn gegeben, erst recht hierher zu fahren Ich wünsche allen Bürgern dieser wunderschönen Stadt eine zufriedenstellende Lösung Welche den Wünschen entspricht Ich wünsche allen Bürgern viel Kraft und Erfolg Aber auch Disziplin und Loyalität sich selbst gegenüber Ich wünsche allen Bürgern unserer Heimatstadt ein Gemeinschaftsgefühl Und eine dementsprechende Wertschätzung Wenn die verantwortliche Politik versagt, soll und muss die Demokratie der Bürger Zeichen setzen Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit